So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von ein und demselben Geist. Der große Tag rückt immer näher und näher. Die kirchliche Hochzeit von Mama und Papa. Ja, ist ja ganz klar, dass die vier Geschwister noch so einiges zu tun haben an Vorbereitungen. Und los geht's. Gutes Team. Noch drei Wochen, bis Papa und Mama heiraten. Die Geschwister wollen ihren Eltern unbedingt ein Fotoalbum schenken. Timo wird fotografieren. Heute wollen sie das Geschenk vorbereiten. Gemeinsam fahren sie mit dem Bus in die Stadt. Und Maiki fühlt sich richtig groß. Zuerst geht es ins Schreibwarengeschäft. Dort suchen sie sich ein schönes Fotoalbum aus. Schau mal, das kostet nicht so viel. Timo zeigt auf ein Album. Doch Leonie rümpft die Nase. Sieht aber langweilig aus. Alles in Weiß. Ich kann ein schönes Bild auf den Umschlag malen, schlägt Timo vor. Das finden alle eine gute Idee. Denn Timo kann das ziemlich gut. Dann kaufen sie noch einen Silber- und einen Goldstift. Damit werden die Texte unter die Fotos geschrieben. Das musst du machen, Kiki. Du hast die schönste Schrift, bestimmt Timo. Das Foto für die Bettwäsche hat Leonie dem Geschäft, in dem sie gedruckt wird, letzte Woche zugemäht. Kiki ist froh, dass Leonie so etwas kann. Jetzt gehen sie gemeinsam in dieses Geschäft, um die Bettwäsche abzuholen. Die ist wirklich toll geworden. Mama und Papa stehen eng umschlungen vor einem See. Wie? Oh, romantisch. Ähm, als die Kinder schon wieder auf dem Weg zum Bus sind, ruft Mikey plötzlich, wir haben doch was vergessen. Wir wollten doch Luftballons und Hochzeitsglitzer und so kaufen. Ach, das können wir doch auch im Supermarkt, meint Timo. Er hat keine Lust mehr. Aber in dem Schreibwarenladen hatten sie weiße Herzchen-Luftballons. Das habe ich gesehen. Mikey lässt sich nicht davon abbringen. Ach, Timo seufzt. Doch Leonie hat sich schon umgedreht. Zurück im Laden zeigt Mikey den anderen stolz die Luftballons. Es steht sogar Just Married drauf. Das heißt, frisch verheiratet. Jetzt geht es endlich nach Hause, denn es gibt noch einiges zu tun. Kiki sitzt im Bus neben Leonie. Wir schaffen fast alles alleine. Das ist echt cool, freut sie sich. Leonie nickt. Ja, gut, dass wir vier Kinder sind. Ein Einzelkind hätte jetzt ganz schön viel Stress. Kiki kichert. Dann lehnt sie sich entspannt zurück. Sie fühlt sich wohl mit ihren Geschwistern. Wir sind ein gutes Team, sagt Leonie. Das finden die anderen auch. Gemeinsam planen die Geschwister das Geschenk für ihre Eltern. Und weil jeder etwas besonders gut kann, ist das gar kein Problem. Und so ist es auch in Gottes Gemeinde. Jeder wird gebraucht, weil jeder etwas besonders gut kann. Und jeder wird gebraucht, um gemeinsam Gott zu dienen. Und ich brauche euch. Und zwar morgen wieder. Damit wir zusammen unser nächstes Geschichtenabenteuer lesen können. Ist doch klar. Seid ihr dabei? Sehr gut. Genau das wollte ich hören. Ciao. Wow, wow. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Ciao. gébbik